Ich guck nur bei seinem Stream zu, das ist eh viel besser. Ender deinen Namen, Alter, Alter! Trebo, 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 Trebo! Ender deinen Namen schnell in www.gegenkevins.de Ender ihn um, ender ihn um, schnell! Trebo, mach das! Okay, nice, ich liebe dich. Äh, mit so'n Strich daneben und dann Haze oder sowas. Warte mal, warte mal, wenn ich die blocke... Treib einfach mal für Stechen Moistex, sie muss ein bisschen härter machen. Gigi, wir spielen gegen Biber. Hat noch nicht gereicht. Ach ne, Mann, ich verschwende jetzt keiner. Sieg, wir spielen einfach gegen Biber. Syrinx meinte, du sollst ein bisschen härter machen. Ja, Zitat. Ja, ich will das ganze Spin-Bot anmachen. Schön. Schön. Aber irgendwie ist der cooler da! Ich will keinen Spin-Bot anmachen. 2-B Oh, der hat gutes Elm! Ey, ich bin Brasiliell einfach... Hey, ich bin letzter, los! Warte? Hecadorn! Was? Du wolltest von Lassier geflaggt, nice nice. Ja, Jungs. Ja, Jungs. Was ist denn, wenn es denn wenn da kommt? Das ist ein bisschen... Das ist das, was ich jemals gesehen habe. Ich? Du bist noch richtig on Tour. Ich? Dude, auf geht's, auf geht's! Oh, willst du mich einfach lieben, wie man... Wir geben, wir geben uns den Spaß. Nein, wir müssen gucken, wir müssen ihn herausfordern, bis er sich richtig dreht. Hab ich richtig Bock drauf. Er meinte, wir müssen ihn richtig herausfordern, dass er sich richtig dreht. Macht Zittern, macht Zittern und fickt die Jungen weg. Das ist... Ich mach Tutorial. Er will es. Ja, Hammerding elf, ich glaub der wird nur jetzt losen. Aber jetzt lohnt Spaß, wie viele von den Rage-Hackern auch losen. Machen sie da Rage, don't go, alle. Ja, ja, das ist aber echt mega krass. Alles Deutsche gegen den Weg. Wichser. Alright, wir sehen uns. Komm durch. Liva spielt Action. Er dreht sich. Er dreht sich. Er sagt schon, es stimmt. Der Shit hat ohnehin gut zu viel... Nene er dreht sich hat er gesagt. Hat er gesagt. Jetzt dreh ich mich jetzt. Ich kann es erst feiern wenn er sich dreht. Er dreht sich schon. Ja, endlich! Ja, endlich! Ich kann es erst mal hören, wenn er sich dreht. Ja, endlich! Er dreht sich! Über Kommentare, weißt du? Jetzt wird es doch erst spannend! In anderen Bloß-Settings wäre es zu easy geworden. Oh mein Gott, ich gucke unter meinen YouTube-Channel, ich frage mich, was wir jetzt schreiben, Alter. Willst du schon ein bisschen Werbung machen? Ja, ich bekomme schon Kommentare, ich bekomme Kommentare! Ach, Mann! Nee, okay, das war nur mein Schock-Kommentar. Ich weiß gar nicht, ich kenne hier heutzutage noch so dummes und cheatet, Alter. Das ist doch... Ja, ich find's geil, Alter. Ich find's da baust du. Wenn Destroy Supreme ist, brauchen wir nicht mehr zu cheaten. Streamt Rasier gerade. Keine Ahnung. Oh, einer ist doch am T-Spawn. Nee, Rasier. Er müsste relativ low haben. Oh, er hat mich schon kassiert. Er kann sich alle holen, Jungs. Er kann uns sich alle holen, Jungs. Das ist ne Challenge, hab ich gehört. Oh, da ist er! Da ist er, er hat mich gesehen. Ich, er ist mein Steaker. Nee, da ist Jitter, Alter. Ich krieg mein T-Spawn. Oh, Mann! Warum denn? Ich find's nicht so geil auf dieser Jitter. Ich liebe es. Ich bin so strong von Intervalve. Das ist nicht mehr normal. Wir hatten schon bessere Rage-Hacker, der macht's langweilig. Wir hatten schon bessere Rage-Hacker, der macht's langweilig. Ich hatte noch mal mit drei Rage-Hacker im Gegner-Team und bei uns einen. Nee, bei uns aber nur einen mit Wall-Hack, der hat dann völlig versagt. Ich bin halt so low, ne? Der Booster ist richtig low, da kommt mir vor, wie sie er grüßt ist. Lass dich halt einfach alle boosten. Alle bitte, alle bitte. Ja, aber die Matches werden low. Ich muss gleich mal meinen Kumpel anschreiben. Oh, sorry. Danke. Oh, der Leiter kann auch schon die ESP-Box nicht unterscheiden hier. Oh, kommt der da hin? Das ist mit Infi. Das ist der. Nein, 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 das ist ein Low. Das ist einfach nur ein Low. Der boostet, der ist ja richtig dumm. Oh, der dreht sich! Ja, ey, das fällt ihm jetzt. Guck mal im Steam da drauf. Ich guck gleich. Der Trick. Einen anderen Low kann ich noch mal holen. Ja, Leute, passt. Nein, ich wollte den Links-Winny noch holen. Ist doch schwach von den... Einfach nur schwach. Jünger, wie kacke muss man eigentlich sein? Die sind alle low? Nennt euch alle irgendwie so Haze oder ähm... Meine YouTube-Ur, äh, bitte. Macht richtig schön Fame für mich, bitte. Na 1500 Stunden, dann hat dich ein... Nennt euch irgendjemand meine YouTube-Ur, hat dich deine Haze oder so. Ja, aber nach 1500 Stunden, das ist low, oder? Ich hab nur nicht einen Frack, sagt er. Krass euch mal. Ja. Hm. Egal, müssen wir mal mit Scout ran, Jungs. Ein paar... Mega-D mit der Bombebewegung. Jump-Shots. Vielleicht bin ich mal in einem Video von ihm. Wahrscheinlich im Team. Oh, Moment. Warte mal, ist da oben was? Kurz, er ist kurz. Ist das Decker? Ja, ja. Er wird easy kill für mich, easy kill für mich. Easy kill für mich, hat er gesagt und ist geworden. Ich muss doch ein bisschen trainieren. Nee, muss doch ein bisschen trainieren. Juckt mich doch nicht, Alter. Ach, hab ich fast gegessen. Noch ein bisschen trainieren, okay? Ah, Mann, ist der gut, Mann. Wie macht ihr das? Ja, aber wie macht ihr das? Der ist schon gut, Alter. Macht ihr das? Robin, benennen sich und bin gefangen. Hab ich doch boostet. Na, benennen sich und bin ein Mensch. Warum? Oh, er disconnected. Hat keinen Bock mehr. Ist der Hacker jetzt schon kassiert. Der macht jetzt seine Hacks an. Pass auf. Mach. Ey, du uns mal den Gefallen. Ey, du uns einfach mal den Gefallen. Ey, der hat so eine High-Sense und trifft das halt. Nice, Jungs. So eine High-Sense. Nice, Jungs. Ihr könnt surrendern. Er hat Abandoned. Ja, ist halt scheiße. Wie war Abandoned zu dem Lord Haze, Alter. Haze um 88. Kommt auf YouTube. Geht jetzt surrendert und hochgeladen. Könnte ich kein Video darüber reden. Oh mein Gott, ich bin gerade sehr glücklich. Ich muss mein PC nicht starten. Ich meine, ich könnte es machen. Ich habe eigentlich noch richtig viel Geld auf Paypal, weil ich heute 60 Euro bekommen habe. Aber... Ich war jetzt nicht. So. Ähm. Leute, bitte seid nicht ganz so geistig full retardet und schenkt da Aufmerksamkeit. Bitte seid nicht so geistig full retardet und schenkt da Aufmerksamkeit. Die sind alle gleich und... Die sind alle gleich, sagt er. Werden es nie lernen. Werden es nie lernen. Ich schaue mich auch nicht drüber auf. Und deswegen... Junge Winner, wenn er gleich die Donation kriegt. So. Die sind alle gleich. Was schreibt so? Dass ihr dann immer so fünfmal nachfragen müsst. Wegen... Mein Herzchen. Mein Herzchen. Mach ne Donation. Mach ne Donation. Keine Aufmerksamkeit. Der hat er genug. Hashtag wirgegenkevins.de oder sowas. Oder sowas. Du wusstest, dann wir gegen Kevins oder sowas. Ja, ja. Da meint der so. Dankeschön für die Donation. Und dann liest du so den Namen. Ich hab PipoBoy umgehackt. Was hast du? Müsste ich mal gucken. Was hast du Trebo? Ich hab PipoBoy umgehackt. Zurückziehen. Ich kann Chargebacken. Ich kann sogar das Geld zurückziehen. Ich zieh dann einfach das Geld. Ja, der macht 20 Euro. Das ist ihm dann zu gefährlich, wenn ich das nicht zurückgezogen kriege. Wir haben jetzt ein Sub Giveaway. Weiter. Jinx and Medals. So, dann kann ich das ja direkt schon mal machen. Oh fuck, er ist jetzt auf mich. Ich hab Pipo gehackt. Oh mein Gott. Deine Spende über 2,88 Euro wurde er erhalten. So Leute, ihr könnt mitmachen. Ausrufezeichen PG. Ihr wisst Bescheid. Wenn das nicht reinkommt. Einfach nur Sub sein. Ausrufezeichen PG reinschreiben bitte. Achtet darauf, dass ihr ein Bild in Twitch drin habt. Links von eurem Twitch Stream Fenster habt ihr einen Schraubenschlüssel draufklicken. Einstellungsresport Bild hochladen. Alles easy. Und bitte schaut, dass ihr am PC seid. Einen Trading Link am Start habt. Oder euer Steam Profil. Jo. Hey, YouTube. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Donation. So. desto checkt, Alter. Also. So, wenn es geht, guck ich nicht, dass ihr den Trailer relativ süß einschreibt. In der Hand hat er den Text so im Kopf gelesen und dachte sich sowas wie. Ja, ich glaub auch. Und dann funktioniert das die ganze auch direkt. Muss grad mal schlecht. Obwohl, ne, die Trailer, was muss ich danach machen? Weil ich sehe, da hat sich schon wieder bisschen was ansammelt. Nein, das ist das Beste, Alter. Darauf können ich mir erstmal den neuen Kopf riechen, Alter. Was ist denn los, Alter? Nicht knausrig sein mit dem Ganzen. Jo, danke, heißt YouTube. Jo! Oh fuck, Alter, jetzt muss ich mich wieder hingeben. MetalRider90, vielen Dank. Alter, für den Money Rain. Dankeschön. Ähm. Hi, wie bei schon immer Grüße da lassen. Grüße an Yuna. Der Lappen soll auch donaten. Ja, guck, sowas liest er nämlich vor. Yuna, grüßt dich. Und meins. Ja. Und meins hat er extra so schon gelesen im Kopf. Ah, Yuna erinnert mich immer an Final Fantasy X. Der gute Tidus und die Yuna. So, ja. Okay, ist YouTube für die Donation. Ehm. So. Dann hat er so kurz hingehalten. Dann lasst ich es noch ein bisschen offen. Hey, YouTube. Vielen Dank. Und dann close ich das Ganze. Die Donation. Egal. So, jetzt. Und dann guck ich mal, dass ich noch die eine Chroma 2 aufmache. Hast du schon ein paar Kommentare gekriegt oder so? Oder ich kann mal in der Zeit schon mal, wo ihr da noch mitmacht. Jo, man. Oh, 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 oh. Diese Bonk kriegt mein Kopf so hart. Irgendwelche Low Offers, kann ich direkt raus deleten. Hier zum Beispiel, das ist Low Ablehnen. Bist ja ein ganz krasser Sack, dann sowas mal zu können. Ablehnen. Nur Cheaten der Huren so, ne? Vlog kann man bitte sein? Also, ja. Ja, du hättest das aufnehmen müssen. Ich hab's aufgenommen. Ich hab's aufgenommen. E, auf, hier Sachen. Danke für die Donation. Ja, ja. Achso. Zwei neue sind mit im Bund. 400. 400! Ja, schreibe mir die Kopf. Na grad, ob es 200 oder so. Obwohl, nee, weil man das wollt' ich ja gar nicht mehr annehmen. Erstmal gucken. Da unten, ey. Da ist es 200. Da ist er! das problem ist wenn der boy wettet dann geht der boy immer mit